Alle drauf da, los. Komm, 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 spritz ihn. Ich hab noch nicht genug. Und wie fühlst du dich? Ne, ist cool. Finde ich cool. Meine Unterhose ist durchnässt. Na, alles klar? Was gibt's zu berichten, Meister? Komm, wir jetzt mal. Was? Der ist für alles. An alles. Ich spreche jetzt für alles. Es ist 2008. Deutschland befindet sich in einem Konnuktur-Hoch. Wir befinden uns in einer hochaktuellen Abi-Phase, wo es wirklich ernst wird. Und ich sag dir... Es ist ein Penner, Franz! Hier, das ist die Sau. Der biegt nämlich so das Abi, weil er zu doof ist. Der ist zu doof. Okay, danke, danke. Was geht da? Alles gut bei dir? Ja. Ja? Ja? Hallo! 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 Sag mal, wie geht's dir? Was denkst du über die ganze Sache hier? Geil! Sag mal, entsetzen, komm. Entsetzen? Red mal entsetzen. Ach, ich bin sehr froh, dass ich diese Situation chaotisch gesehen habe. Und dann? Hallo, danke. Hallo, danke. Hallo! Hallo! Das war toll, das hat irgendwie geübt und damit steht es 2 zu 1. Es wird nur noch gewertet, also es gibt jeweils, naja, mehr oder weniger Bunte. Das ist wunderschön, das kann ich bleiben. Und ich bitte um die Leute an ihren ehesten Wort. Und wie ihr uns mehr seht, zählen wir uns zu den Böden.